man hat ein bisschen den anderen weg so schlimm ist eigentlich welcher man hier ein bisschen beträgt finden aber es ist besser momentan zu suchen als irgendwas anderes haben wir hier jetzt mal aufgerissen suchen scheint so aber ich weiß nur dass ich irgendwo reingebohrt habe egal hier danke sehr ja hier 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 Oh, shit. Da muss ich den Dispair einsetzen. Hinten sieht nach dem Trill aus. Ich möchte da hinten hin. Mehr mit Trill! Ganz ehrlich... So, und dir auch. Oh, Mann. Bitte sei mit Trill. Ja. Ist gut. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse alles. Ich hasse alles, was auf mich schießt. Oder fliegt. Ist damit Trill? Oder nur Eisen? Es sieht aber nur mit Eisen aus. Es ist Eisen bestimmt. Und da ziehen. Okay. Brauche ich ja eh nicht. Schweigen! 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 Oh. Okay. Hm. Kein mit Trill hier. Das ist auch nicht so richtig. Das war was. Äh. Das war schon. Und passt mal weg. Danke sehr. Wo ist Mithril? Da komme ich ja nicht durch. Oh, da ist das Kiel hier. Na, Mimik. Boah, ich hasse das. Diese Angelfisch da. So was von nervig. Was ist das? Oh, oh, oh. Ah, das ist das. Ja, das ist ziemlich viel hier. Hm. Schade, schade ich hier die. Ich habe nur so ein kleiner Mithril-Spot gefunden. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Ich muss jetzt mal weggehen. Danke sehr. Ich hasse Suchen. Weg mit euch. Weg mit euch. Oh, hallo. Hallo, ich möchte sitzen. Äh, sitzen, aber nicht. Also. Ach, du kommst nicht hoch? Schön. Du weißt doch auch nicht hochkommen. Wow. Okay, okay, es ist schon. Ich muss irgendwie mehr Lagerfeuer bauen. Okay. Ich kann weg. Ich kann auch weg. Oh, yeah. Oh, okay. 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 Oh, Michael, Ken, Michael, Ken, Michael Ken. Ja, hier wird Quarab schon angelangt, oder wie? Oh man! Oh man! Oh! Vielleicht brauchen wir das ein bisschen, ne? Oh man! Oh man! Oh man! Ich will ja lieber mit Trill! Wesentlich lieber! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Mal gucken, was wir hier schönes haben! Mal gucken! Ah! Ich hasse es, das zu suchen! Oh man! Es gibt nichts Beschissenes, als mit Trill zu suchen! Wenn ich mal zu sagen darf! Aber mit Trill ist gut! Hier ist schon mal eine Höhle! Gut! Schöne hier mit euch! Schöne hier mit euch! Schöne hier mit euch! ne, Admin Royce sind Admin Royce neul und das ist Mithril ach, schön, das ist hellgrün Mithril auch mehr fackeln ich habe nichts mehr also manchmal lohnt sich echt irgendwo sehnlos runter zu bauen was mit sehnlos meine ich ist zeit sinnlos weil sie sinnlos sind sinnlos ist hoch so hat die 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 Ich muss ja sagen, ich habe doch ein Luft-Dings gebaut. So ein Luftloch. Oh, hallo. Nein. Nicht gut, wo ich bin. Oh, da gibt es eine Wasserkiste. Die möchte ich haben. Ich will die haben. Oh, was der laufende Stiefel. Die Swant hat immer wieder. Nein, das wollte ich nicht. So, wir kriegen die Angreifer, die mich auch angreifend schaden. Sehr nett. Das ist irgendwo Kram hier runter. So. Na, ich habe ein bisschen Licht. Oh, das sieht gut aus. Alles, was ich einsammeln kann. Hm. Oh, Kabine. Okay. Hm. Lava. 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 Hm. Oh. Nein. Danke sehr. Ich muss hier durch. Ich möchte hier durch. So viel sinnlos, du Zeug hier. Das ist schlimm. Ja, Mithril, wunderbar. Vielleicht soll ich öfter mal sinnlos nach Petrie suchen. Ich meine, wirklich sinnlos. Geht mit euch. Wie ist mir mitgekommen? das müsste ich hätte rumgerollt mit mämik darin wäre ich hasse das ich komme runter wie die spawnen einfach wie die spawn und haben wir uns weiter hier unter ja tun sie auch keiner zu viel aber doch denkste meine hand tut so allmählich weh so so So, okay. Tupas, da bräuchte ich das. Ich glaub schon. Ich glaub, ich lass das mal. Also ich heiße, dass ich nicht runtergehe. So viel hab ich nicht gesammelt. Nee, komm, ich kann hier schon mal das erste bauen. So viel hab ich nicht gesammelt. So viel hab ich nicht gesammelt.